Ja, ihr werdet es nicht glauben. Wir machen heute Musik. Wir nehmen einen Song auf. Ja, ich untauglich zum Singen, meine Frau eigentlich auch. Das stimmt so nicht. Sie meint immer noch, sie hat eine göttliche Stimme. Engelsgleich nämlich. Wir lassen uns heute überraschen und versuchen das Beste draus zu machen. Schlagerproduzent Alex Engel hat einen Song über das Leben der Auswanderer geschrieben. Titel, Zuhause ist da, wo du bist. Den müssen Tommy und Katrin heute einsingen. Moin. Hallo. Ich bin der neue Star am Schlagerhimmel. Tommy, hallo. Hi, Tommy, komm rein. Geht der Song auf Mallorca durch die Decke, könnten Tommy und Katrin ihr Geld in Zukunft als Entertainer verdienen. Statt mit Jobs als Koch und Kellnerin, die auf die Gesundheit gehen. Aber ist das so einfach? Was ist das Schwierigste bei der Aufnahme? Viele Sachen unter einen Hut zu kriegen. Es geht ja darum, einerseits zu singen, aber auch andererseits das Gefühl zu transportieren, sich drittens auch beim Text nicht zu vertun. Man muss an viele Dinge gleichzeitig denken. Und das wirkt immer so einfach. Es soll auch schön klingen. Damit es aber schön klingt, muss man halt vieles beachten. Aber ich bin mir sicher, ihr schafft das. Also ich glaube, das Schwierigste ist, so den Einsatz zu finden, wann ich anfangen muss. Aber du hast doch Tick-Tack-Gefühl. Also eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, wunderbar. Tommy, hast du deine große Herausforderung? Zu singen. Katrin ist Feuer und Flamme. Tommy aber fragt sich ein wenig, was er hier eigentlich soll. Sie ist halt immer die treibende Kraft. Ich werde irgendwie auch nicht gefragt. Doch. Nee, manchmal kriege ich das einfach mit. Und dann sagt die, morgen machen wir das. Es fing bei RTL an, hier bei euch. Box. Dann sagt die auf einmal, da kommt eine und dreht mit uns. Überraschung. Was? Was? Ja, das war, als wir uns beworben haben bei Good night Deutschland. Ja, ich wurde noch nie gefragt. Im Song. Hallo? Da sagt die zu mir, wir gehen jetzt singen. Äh? Wir haben vorher gar nicht drüber geredet. Und jetzt muss Tommy auch noch als Erster ran. Weil Katrin es so will, wie kommen wir da hin? Und weil Katrin es so will, ja, pass auf, aber und weil Katrin es so will oder weil Katrin es so will? Ich sing es dir ja gleich vor, du wirst ja gleich hören, weil Katrin es so will, ist der Tommy nicht mehr still. So ein bisschen ganz entspannt, du hast jetzt gerade eine Tüte geraucht. Ich kiff nicht. Nein, ich kreis, aber stell dir vor, du bist jetzt so der entspannte Reggae, schmeißt du deine Haare rum und machst du ganz entspannt. So wie du halt bist. Ja, probier uns mal. Du musst dich gar nicht verstellen, sag einfach du selbst. Ja, probier uns mal aus. Komm. Was hat er jetzt so will, ist der Tommy nicht mehr still, jetzt fang ich an zu rappen und mach mich voll zum Teppen. Dann ist Katrin dran. Zu Hause ist da, wo du bist. Ich muss noch ein bisschen mehr. Ja, komm. Bei dir bin ich zu Haus. Oh, nochmal. Zu Hause ist da, wo du bist. Wo du bist. Super, weiter, komm. Wo du bist. Zu Hause ist da, wo du bist. Bei dir bin ich zu Haus. Und jetzt die Hände hoch. Oh, wir beide gehen durch die Konten.